Heute steht Besuchertraining am Plan. Das bedeutet, ich werde euch zeigen, wie ihr euch richtig verhält, wenn ihr Besuch bekommt und ihr diese Situation als Training nutzen könnt. Viel Spaß! Ziel dieses Trainings ist, dass euer Welpe eine positive Erfahrung mit einem fremden Menschen hat und dabei lernt, wie man sich richtig bei Besuch verhält. Dieses Training, wie so viele Trainings mit Welpen, beginnt erstmal mit einer gewissen Managementmaßnahme. Und das heißt in diesem Fall, damit euer Welpe den Besuch erst gar nicht anspringen kann, sichert ihr ihn mit einer Leine ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass euer Welpe vor Freude am Besuch hoch springt, ist hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Besucher das verstärkt, weil er den Welpen begrüßt, ist noch größer. Also, seien wir da wirklich realistisch. Auch ein Besucher ist nur ein Mensch und beim Anblick eines entzückenden kleinen Welpen schaffen es die wenigsten, sich da an gewisse Regeln zu halten. Deswegen, leihend euren Welpen erstmal an. Ein wichtiger Punkt ist der, dass der Welpe jederzeit entscheiden darf, ob er Kontakt zu der Person haben will oder nicht. Zwingt euren Welpen zu keinem Zeitpunkt Hallo zu sagen. Und achtet darauf, dass der Besuch das auch nicht macht bzw. euren Welpen möglicherweise bedrängt. Sprecht euch da am besten mit dem Besucher vorab ab und erklärt ihm eure Regeln. Und falls ihr merkt, es wird trotzdem zu viel, dann schreitet ein und holt euren Welpen aus der Situation. Das Ziel sollte immer sein, dass der Welpe mit dem Besuch eine angenehme Erfahrung macht. Und das ist eben nur gegeben, wenn euer Welpe auch jederzeit weggehen kann, wenn er eine Pause braucht. Umgekehrt gilt das natürlich auch für die Menschen. Wenn ihr merkt, dem Menschen wird der Welpe zu viel, dann schreitet natürlich auch ein. Der dritte Punkt, auf den ihr achten solltet, ist, dass der Besuch möglichst ruhig verläuft. Der Welpe soll sich natürlich freuen und ein positives Erlebnis haben. Aber es sollte nicht zu einer einzigen aufregenden Party ausarten. Auf lange Sicht werdet ihr froh sein, wenn euer Welpe bei Besuch ruhig und entspannt ist und nicht aufgeregt. Deswegen, achtet darauf, dass während des Besuchs der Welpe nicht immer im Mittelpunkt steht und bespaßt wird. Habt ihr am besten schon etwas vorbereitet? Idealerweise habt ihr bereits einen Kong oder eine Knabberstange vorbereitet, sodass ihr euren Welpen einfach mal beschäftigen könnt und ihr euch währenddessen mit dem Besuch unterhalten. Legt ihm diese Knabbersachen am besten in sein Körbchen oder in seinen Schlafplatz. Und schon lernt ihr ganz nebenbei, auf seinem Platz zu liegen, wenn Besuch kommt. Manchen Welpen hilft es auch zu entspannen, wenn ihr euch mit ihnen hinsetzt und mit ihnen kuschelt. Generell gilt, alles, was eurem Welpen hilft, sich zu entspannen, ist erlaubt. Ich bin mir sicher, ihr werdet genug Trainingsmöglichkeiten haben. Und die meisten von euch werden sich vor Besucheranfragen wahrscheinlich kaum retten können. Schließlich will jeder das neue Familienmitglied kennenlernen, solange es noch klein und tapsig ist. Also, ich bin mir sicher, ihr habt genug Möglichkeiten, das zu üben. Wenn ihr bei jedem Besuch konsequent dran denkt und das als Training seht, seid ihr am besten Weg zu einem besuchertauglichen Hund. In diesem Sinne, viel Spaß beim Training mit eurem Welpen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Training mit eurem Welpen.